Prozent 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 du musst schon ein Rechtsklick da drauf machen, ne? Oh, 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 oh! 25 Prozent! Geil! Äh, jetzt kannst du das hier wegschmeißen! Nein, nicht wegschmeißen! Doch, ist doch leer! Damit kannst du doch immer wieder aushöhlen, Mann! Nein, wenn die leer sind, musst du die selber wieder auffüllen! Ja, na klar! An der Tankstelle und... Ja, da liegen genug rum! Hier sind wir wieder in der Stadt, wo wir vor uns waren, ne? Ja, komm, 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 komm! Ja, dann fahren wir durch, fahren wir durch, fahren wir los! Alles abgerodet! Da war es noch ein Zombie! Links war man noch nicht, oder? Egal! Krücher und Krücher! Lagt da was drinne? Nichts fällt mir, oder? Ne, da hab ich ja kein Wasser her! Achso, okay! Ja, links oder geradeaus? Geradeaus, bitte! Ich weiß nicht, ob wir da schon waren! Ne, da... Ich glaube hier ist dann die Hafenstadt, ne? Wenn wir hier links fahren! Ja, ja, fahren wir hier links, genau! Ja, klar! Da vorne haben wir doch noch die Zündnis umgebracht! Genau! Hier links sind wir vorbeigefahren! Fahren wir hier links, genau! Wir lassen das Auto dann wieder vor der Stadt stehen! Ja, aber jetzt bescheu ich wieder irgendwo! Ach ne, hier ist ein Zeltlager! Ja, mir schon! Naja, aber hier wird es nichts weiter geben! Ja doch, ja, da gibt es schon mal einige interessante Sachen! Das können wir merken! In seiner Blick schade doch nicht! Ja, wir brauchen aber eigentlich was zu trinken und zu essen! Naja, klar! Das ist auch gut da irgendwo! Jetzt müssen sie in die Stadt fahren! Ja, fahren in die Stadt! Ich will erstmal die Zündnis in die Stadt fahren! Das sind bei 12% Zeit mitgebringend! Ja! Okay, gucken wir mal hier schnell! Stecken wir mal was! Ah, da kommen noch vier Zombies! Ja eben! Das sind ja alle aufgescheuert! Die waren so mega! Äh, luft doch mal zurück! Ja! Oh, ich finde gerade meine Waffe nicht! Die Hälfte haben wir ja schon alleine umgebracht! Alle eng ist das, Alter! Und du hast so eine Zündnis! Die Hälfte habe ich überfahren! Ja! Die Hälfte der Hälfte! Ja! Da ist zum Beispiel schon mal eine Cola! Oh, hier habe ich einen Coyote Pack! Der ist größer, ne? Ja! Und die hier kennt Cola! Bitte! Nehmen wir die Cola mit dir! Ja, warte! Die ist hier in jedem einen anderen! Das sind nochmal für Schrotflinte Backshots! Das weiß ich übrigens! Das ist... Oh, klasse! Du hast einen Coyote Pack, ne? Ja! Scheiße! Das ist vielleicht noch einer hier irgendwo! Ich nehme Backshots für die... ...und die Aventures Box! ...und die Aventures Box gibt! Das hier! Das hier! Das ist ein Bobo! Ja! Das hier! Das ist ein Magazin! Vor allem habe ich die Cola getrunken, ne? Die war bei 75! Ich bin jetzt bei 61! Ja, 75 war schon! Ich bin jetzt bei 61! Das war's! Na, was ist das für ein Witz? Was ist das? Juri Magazin! Okay, Juri! Code ist ein Bett oder was? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich aufgesammelt, weil ich mir dachte, was ist das? Code! Und zwar auf! Können wir das Wasser noch mit dir? Ich kann das Wasser noch mit dir! Ich kann das Wasser noch mit dir! Ach, die! Die hat die ganz mitnehmen, weil... Die werden nicht einzeln gelagert, sondern... ...so viele wie die... Ja, das ist ein Bett! Das ist ein Feldbett! Ja, man! Wir könnten uns dann irgendwo spawnpunkt... Den machen wir, ich habe ja auch einen Schlafsack hier! Ja, dann würde ich aber lieber vorher mal ein kleines Häuschen bauen! Ja, aber... Außerhalb, wenn nicht so viele Zombies sind! Ja, aber ich habe schon wieder Hunger! So krass... Willst du jetzt ausbauen, ne? Geht so schnell! Ne, will ich nicht! Ich will nur... Ich guck nur... Ja, da habe ich jetzt schon mal ein Feldbett! Baut das nicht raus jetzt, ne? 20%... Äh... Wenn du Multi-Water trinkst, kriegst du 20% Radioaktivität! Aber dafür hattest du Clay mich auf 28% wieder runtergebracht! Das ist schon geil! Aber jetzt habe ich halt wieder 60% Essen, wisst wie? Ja, ich habe 92% Essen! Wollen wir dir was zu essen? Wollen wir dir was zu essen? Wollen wir was zu essen? Nee! Deswegen... Komm, jetzt lass mal los! Ihr habt 92% gibt's schon! Was, 92% Essen? Ja! Okay, komm! Also, wenn wir bei 99% sind, baust du dir das Bett auf, damit du dann bleiben du respawnst, ne? Oder am besten noch bei 98%? Wollt nicht, dass 99% und du schaffst es nicht mehr genug? Ich baue das Bett auf und knack! Ja! Ja! 93% Essen! Ja! Dann musst du eben halt mal, oh, was Moldi, Moldi-Zeug essen oder so! Ich habe jetzt oh was Moldi getrunken! Ja, ich weiß, Mann! Aber du... Warum sagst du mir nicht eher was? Da hält mir die hier nicht ab rein! Ich habe doch vorhin schon gesagt, ich bin da 80% Essen oder so! Hab ich nicht gehört! Ja! Ja, hier geht's zur Stadt! Ja, hier waren aber schon! Stimmt, Scheiße! Ja! 5%! Ja! Ja! Warte, hier vorne wollen wir ruhig sein, Mann! Aber ich glaube, ich glaube, ihr spawnt alle in der Zeit wieder was Neues! 94%! Geil! Und der Tang ist okay, ja! 1% Tang! Geil! Das gefällt 1% Tang! 95% offen! Das habe ich auf dem Norden in meinem aktuellen Zustand! Ja! Okay, danke dir! Wie klar ist das? Und da vorne ist eine Stadt! Oder ich glaube, das ist die eine Farm! Das ist der Bauernhof! Ist egal! Lass uns mal auf den Hügel hier gehen und da bauen wir unser Schlafplatz auf! Ja, da bin ich doch gleich dauernd wieder! Ja, aber hier oben sind keine Zombies oder so! Wenn ich jetzt springte, war's das! Alter, hier oben steht ein Windrad! Das habe ich noch nie gesehen! 96% Essen jetzt los, ja! Ja, dann bau halt hier auf! Wann ich auch! Okay, wo baust du dein Bett hin? Ich möchte neben dir schlafen! Los oder los? Sehr gut! Claim! Du müsstest einfach nur claimen und dann hast du 97% Essen! Oh, alter Schwede, ey! Ich brauche unbedingt was zu beißen! Ja, wenn du jetzt stirbst, ist ja nicht so schlimm! Weil dann spawnst du hier Clay wieder da! Ja, das war's! Oder wir spawnen nebeneinander, wenn wir sterben oder so! Ja! Ich weiß nicht, ob du... Warte mal, ich hab noch Raw Bacon, aber ich weiß nicht, ob du den roh essen kannst! Doch das Problem ist, die Zombies machen die auch kaputt, ne? Ja, komm mal her! Ja, deswegen haben wir's ja hier oben hingestellt! Ja, komm mir ein bisschen entgegen, ich hab 98%! Ja, ich hab's ja schon längst hergelegt, wenn du mal zuhören würdest... Kannst du schon essen, ja? Ja, weiß nicht, ob man das essen kann! Ich hausse einfach mal rein! Ja, ich komm ins Essen! Und wie viel hast du hier wiederbekommen? Ja, das stimmt nicht! Aber es bringt mich erst mal ein bisschen weiter, danke! Ja! Vielleicht finde ich jetzt immer noch was nötig! Ich hab natürlich noch... Radioaktivität ist auch hochgegangen da durch! Ja, weil jetzt habe ich geboren gegessen, ne? Jetzt könnten wir hier die Spitzeff tanken mit dem Kanister, du Idiot! Hier ist nix! Hier ist nix! Hier ist nix! Noch ein Blatt! Hier ist ein zweites Zombie! Oh, warte mal! Ich hab' ja noch was! Ah, ne! Ich bin ja nicht richtig equipped! Ich denke schon mal, da kommt ein Zombie, weil die auch immer die Bauhelme aufhaben! Dabei bist du das! Ich sehe noch was zu essen noch hier gefunden! Ne! Gar nichts! Scheiße! So, ich bau' uns mal ein bisschen was an hier! Kann man ja auch anbauen! Das hier, wenn die ganzen Zombies immer kommen? Mhm! Und wie baut man nur an? Man kann's einfach hier auf Salz sammfruppen! Okay! Oh! Cool! Und dauert das lange, bis es in... Das dauert ein Stück, ja! Machen die Zombies das auch platt? Weiß ich nicht! Ich geh' mal Holzhacken! Kann natürlich sein! Weil wenn wir jetzt hier... Ich bin bei 90% Essen, aber du hast ja... Und ich hab' echt den Vogel abgeschossen, Alter! Wie gesagt, solange die Schlafsäcke da liegen, ist schon alles ganz okay! Ja, wenn die Zombies das nicht kaputt gemacht haben! Ja, da oben sind doch keine! So, wie war das jetzt mit dem... So, wie war das jetzt mit dem... Mit dem Bauen? Ich musste... Man musste... Erstmal Holz hacken! Ja, hab' ich schon gemacht! Ich hab' jetzt diese Loks einstecken! Ja! Na, daraus kannst du, glaub' ich, eine Grundplatte bauen! Brauch' ich viel! Ja! Ne, du musst ja übest viel dafür... Ja, eine Grundplatte erst mal, um anzufangen! Okay! Okay! Ich hab' jetzt mal was zu essen oder so! 95% Essen, hab' ich nicht noch was, äh, irgendwie... Ich weiß nicht, ob man auch hier, ähm... Wieskannen gibt! Wot'n... 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 Zul distracting. In De La Opera... Ich nier mit Müt�-ito ist! Wot'n... Wot'n... Ja, klein, ne, Kollege? Ja, wenn wir da zu zweit drinnen rumgammeln... Ist erstmal egal, Hauptsache wir haben erstmal hier ein kleines Häuschen und unsere Schlafsäcke, wenn wir reinpacken. Und wie machen wir nur Wände? Äh, mit wooden Planks. Moment, äh, wooden frame habe ich hier. Genau. Ganz, äh, wooden Planks davon machen, ne, ganz so Wände da. Und dann mit einer wooden Foundation nochmal die Decke eben. Und ich höre 98% Essen, also... Nein, bleib nicht da. Okay. Dann bleib ich hier bei unseren Karotten und so. Und wehe, du glaubst von deinem Zeug. Nee, ich hab selber genug Sachen. Ich brauch deine eigentlich nicht. 99% Essen hier, komm. Okay. Mach mich platt. Hä? Soll mich platt machen, der Hunger. Soll mich töten. Können die zombies eigentlich die Häuser zerstören? Äh, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich weiß, dass die, äh, die... Jetzt bin ich bei 100% von meiner Lebensanzeige schwindet dahin. Okay. Ich hab noch einen Lock bekommen jetzt, wenn ich den Scheiß bauen. Boah. Was hast du gesagt? Äh, was sind die Problem? Ich glaube, aus wooden Frames. Ich glaube, aus wooden Frames macht ihr das. Ich hab ja schon mal alles gebaut, oder? Ich hab ja schon mal alles gebaut, oder? Ich hab ja schon mal alles gebaut, oder? Ich hab ja schon mal was gebaut, oder? Ich hab ja schon mal ganz genau. Ne, wooden Frames kann ich nicht in der Hand nehmen. Ne? Ne. Ne. Das hab ich nicht bei dem Leben. Also liebe Zuschauer, ja, es zieht gerade zu, wie ich ähldliche ähnlich – verreckt. Ha, verreckt. 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 Wir hätten eine Pause mal gucken sollen, eh... wie das geht. ja, das muss ich sehr viel beachten und ich habe glaube ich eine halbe Stunde alleine gebraucht und okay, ich bin jetzt da ah, wo den Kurs brauchst du da, oder? bin nicht jetzt gespawnt ja, toll äh, ne, ne, okay, ich bin da ja? aber nur an der falschen Ecke gespawnt hast du so biss'n du gespawnt? nicht bei deinem Bett? nicht bei meinem Bett, ich bin auf deiner Seite, ich komme gerade hier, guck mal ich komme hier von der Feldseite aus ich glaube, du musst das unclaim, oder? ne, claim musst du das bist du sicher? ja, weil unclaim ist ja, ähm, spawn weg, aber auch immer ich glaube, da muss man auch auf home drücken, oder? ja, hab ich hier auf home drücken du hast du auf we spawn gedrückt? ja, okay da kann das natürlich geschehen sein so, jetzt wollte ich trotzdem gerne wissen, wie ich Wände baue damit äh wir eine Wand bauen können ne, jetzt kannst du auch nicht in der Hand nehmen, aber kannst du auch vielleicht was draus? ne ne gut, so, das nix und so ne so geil so geil nicht, liebe jüngeren Zuschauer, ja? geil, voll geil, 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 geil super geil das hier ey, Pink Berries die machen mich, glaube ich, high, die machen mich, glaube ich, high ja, egal, ich bin bei eh 80% ne kr opp 阿 weis ich nicht weiß ich nicht wir sind das hier liegen ist nur mit so, nix zu bauen weg eh, jetzt hab ich meine Feuerwehrachst und hör mir den Baum weg ich weiß es nicht mal wie das war ich bin nicht ehrlich was blöd ansonsten den maximen erst mal irgendwie schon mal gucken wie das wie das funktioniert aufs kript für die schlöschung anguckt hat da keine lust mehr dran lockt lockt ich bin ich in lokskitzung und auch nie du musst du noch sollen machen so ist so muss doch nur noch die wasser die und mit mit Stix und und den Locks glaube ich 6 Worte machst du oder man dann machst du das ist gerade gekauft wird Untertitelung des ZDF, 2020